Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ein Glaube ohne Taten ist tot, er ist wertlos und langweilig. Wir haben einen Gott, an dem wir glauben. Wir glauben an die Zeichen, wir glauben an die Wunder, wir glauben, dass die Bibel lebendig ist. Warum probieren wir es nicht aus? Auf dem Wasser gehen. Wer ist schon mal auf dem Wasser gegangen? Bestimmt mal im Keller, als der Keller voll war oder irgendwo im Garten, aber nicht so, wie wir das jetzt hier meinen. Ja, ich möchte ein paar Dinge erklären. Wie langweilig ist ein Glaube, mit dem wir nur rumsitzen und jammern? Stimmt's? Wie langweilig ist ein Glaube? Ach ja, weißt du, und ach ja, und nee, und käme fort da, und oh, und ach. Und wie langweilig ist das? Und die Welt begeistert sowas sowieso nicht. Wie gesagt, ich möchte ein paar Beispiele euch nennen. Ich habe hier mal eine Flasche mitgebracht, heute nicht zum Trinken, sondern zum was vorführen. Und was passiert, wenn ich jetzt die Flasche loslasse? Blöde Erdanziehungskraft, oder? Ja, wenn ich jetzt reich wäre, wenn ich jetzt alles Geld der Erde hätte, dann könnte ich loslassen und nur die Flasche würde halten. Nee. Es gibt Naturgesetze, die für alle gelten. Stimmt's? Es gibt Naturgesetze, wo für alle dieselben sind, arm, reich, krank, gesund, egal welche Hautfarbe, gilt für alles. Da kann sich keiner irgendwo drüber heben oder sagen, für mich gelten die nicht. Ja, und das ist dann das, was Schuld ist. Aber es gibt einen Glauben, über den möchte ich heute reden. Der Glaube setzt Naturgesetze außer Kraft, wenn es Gott zu seiner Verherrlichung tun möchte. In der Bibel gibt es einige Bibelstellen. Die eine Bibelstelle kennen wir, wo es heißt Sonne und Mond. Und stehe still und stand einen ganzen Tag still. Es gibt das Erlebnis am Roten Meer. Das Meer teilte sich. Und es gibt auch die Bibelstelle von Philippus, wo es heißt Und er war an einer anderen Stelle wiedergefunden. In unserer heutigen Zeit, wo man nicht mehr so fliegen soll, das wäre eine Möglichkeit zu fliegen. Und man wurde am Urlaubsort wiedergefunden. Ohne Frankfurt, ohne Einschecken, ohne Kofferübergewicht und so weiter. Also, es gibt wirklich Dinge, wo Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden, von dem, der sie eigentlich geschaffen hat. Unser Gott, unser Schöpfer. Und wie geht das praktisch? Und ein praktisches Beispiel habe ich Isolde gebeten, uns das kurz zu erzählen. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Und zwar, als unsere Kinder noch sehr klein waren, fuhr ich mit dem Auto in die Stadt und wollte einkaufen. Und da hat mich eine Fahrerin mit dem Auto gerammt. Und zwar an der Rückseite vom hinteren Reifen ganz bis nach hinten. Da war ein dicker Riss, ja, oder Streifen und eine Delle. Und wir haben dann natürlich angehalten und Versicherungssachen ausgetauscht. Und dann war auch die Polizei zufällig am Vorbeifahren. Die haben angehalten, haben den Unfall aufgenommen. Und ja, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich das Auto in die Garage gestellt und habe gedacht, dass es nicht jeder sieht. Und dann war ich beim Daniel im Büro und habe gesagt, Du, da ist etwas passiert, unser Auto ist kaputt, hat einen Kratzer, einen Riesenkratzer und da guckt das Blech schon raus und eine Delle und ja, ist nicht so schön. Er natürlich gleich losgelaufen in die Garage und hat das Auto begutachtet. Und ich kam dann hinterher und er kam mir schon wieder entgegen und sagte, ich habe nichts gesehen. Dann sagte ich, das kann nicht sein, fahren wir das Auto raus auf den Hof, haben wir gemacht und ich bin dreimal um das Auto herumgelaufen und habe nichts gesehen. Das Auto war vollständig in Ordnung, ohne Kratzer, ohne Delle, ohne irgendetwas. Ich konnte das fast nicht fassen. Ich habe dann der Frau angerufen, die mich gerammt hat und habe ihr erklärt, dass ich die Sache erledigt hätte und ich keine Ansprüche an sie habe. Und sie war total perplex und konnte es gar nicht verstehen, dass sie da so davonkommt. Ja, das war die Geschichte, die ich erlebt habe mit unserem Auto. Ja, du kannst es jetzt glauben oder auch sein lassen, aber ich glaube, du hast auch solche Dinge schon erlebt und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Dinge erleben. Glauben überschreitet gewohnte Erfahrungen. Glauben überschreitet gewohnte Erfahrungen. Jesus schickt seine Jünger auf die andere Seite des Sees. Wir kennen diese Geschichte. Und der Sturm, ein Sturm kam auf und die Jünger hatten Angst. Jesus kam ihnen auf den Wellen daher. Sie sagten, ein Gespenst. Er sagt, fürchtet euch nicht. Es war nicht so ruhig wie heute hier, sondern wenn Sturm und Wellen toben, dann ist ja ziemlich viel geboten. Und Petrus hatte eine Idee. Petrus hatte immer Ideen. Er hatte hier eine Idee. Ja, also Herr, wenn du willst, dann heiße mich jetzt zu dir zu kommen. Und vielleicht auch zu seiner Überraschung. Der Herr sagt, ja, komm. Und er tat es. Und das ist praktischer Glaube. Das ist praktischer Glaube mit Jesus. Ich sage nicht, mir fällt was ein. Ich springe vom Haus und sage, Jesus behütet mich. Nein, das ist nicht praktischer Glaube. Das ist Wahnsinn. Das ist Blödsinn. Das ist total nicht das, was wir tun sollen. Aber das, was wir mit Jesus können. Petrus hat sich gedacht. Jesus hat immer gesagt, was ich kann, könnt ihr auch. Und er steht sogar drin und ihr werdet größere Dinge tun. Und das machen wir heute jetzt noch nicht zum Thema. Aber das und er hat, was Jesus kann. Jesus kommt da auf den Wellen daher. Warum kann ich das nicht, wenn ich dazugehöre? Zu dieser Familie, zu Jesus. Ja, Petrus hatte wirklich Mut zum Glauben. Und Petrus reichte es nicht, die geistlichen Prinzipien zu kennen. Petrus reichte es nicht, das zu kennen und das Einmaleins der Religion. Und das muss so sein, wenn das so und das so. Und dann so viel mal beten mit dieser Haltung, mit dieser Kleidung, mit dieser Frisur, mit diesem Anzug und so weiter. Das ist nicht die Frage in diesem Moment gewesen. Er wollte es praktisch ausprobieren. Ich probiere auch sehr viel gerne praktisch aus. Ich habe letzt, mir wurde immer gesagt, es ist nicht ratsam, einen Pulverlöscher in der Wohnung auszuprobieren. Oder zu probieren, schon gar nicht, aber mit dem Pulverlöscher zu löschen. Das Feuer ist aus, aber alles ist kaputt, weil es starbt fürchterlich. Ich kam da immer, wie sieht sowas aus? Vor ein paar Wochen mussten wir einige Feuerlöscher wegwerfen, weil das Verfalldatum weg ist. Und die darf man nicht mehr verwenden, weil sie anfangen rosten oder was auch immer. Ich dachte, das ist die Gelegenheit. Und ich bin hier auf den Rasen und habe mal so einen Feuerlöscher, Pulverlöscher einmal durchgedrückt. Das hat ausgesehen, wie wenn der ganze Rasen brennt und es raucht und qualmt und qualmt. Ja, dann wusste ich, jetzt weiß ich, wie ein Pulverlöscher funktioniert und wie es aussieht. Und Petrus reicht es nicht, irgendwo nur zu wissen, mit Jesus kann ich alles. Mit Jesus, er ist mein Heiler. Mit Jesus kann ich über Mauern springen, hat schon David gesagt. Herr, ich danke dir, dass ich mit dir über Mauern springen kann. Jetzt kommst du mal in die Situation. Ich sage dir und wichtig ist, dass Jesus mit dir ist. Du darfst deinen Glauben ausprobieren. Nicht Jesus herausfordern, nein, ausprobieren. Oder ihr Männer, ihr kauft ja auch nicht ein Auto, das euch gefällt und sagt, ach, ich habe das Auto meines Herzens, habe ich in der Garage stehen. Nein, sondern ihr probiert es aus. Warum tun wir es nicht im Glauben? Die ganze Dinge, die uns im Glauben versprochen sind. Warum tun wir das dort nicht? Ja, wir kommen zu Jakobus, Jakobus 2, Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Da kommen manche Christen um die Ecke. Ja, ich kann mir mein Himmelreich nicht verdienen. Richtig. Das steht auch in der Bibel. Durch Taten. Nein, das hat Jesus für uns schon gemacht. Er hat für uns schon den Himmel sozusagen verdient am Kreuz. Nein, aber wir sollen tätig sein auf dieser Erde. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir Christen glauben, soll unser Glaube in den Taten sichtbar sein. Stimmt's? In dem, was wir tun. Wir hatten schon oft das Thema Alltagsveränderer. Lieben, Wertschätzen, Vergeben. Das sind Taten. Nächstenliebe. Ein Glaube ohne Taten ist tot. Er ist wertlos und langweilig. Und wir sehen so viele Situationen, wo ein Glaube langweilig ist. Lieben, wir dürfen uns freuen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir dürfen uns wirklich freuen. Du kannst wirklich nicht die Welt begeistern, wenn du nur deine religiösen Dinge tust. Hoffen wir, hoffen wir auf ein Wunder. Hoffst du auf ein Wunder? Petrus stieg aus dem Boot, während die Elf keinen Mut hatten. Sie regten sich auf, weil er Unmögliches ausprobiert hat. Da kann ich ein schönes Stück mitreden. Als mein Vater die Vision hatte von diesem ganzen Zentrum, von dieser ganzen Kirche, wie viele Leute haben sich aufgeregt, inklusiv die Tageszeitung, inklusiv die Ältesten. Wie viele haben sich aufgeregt? Das ist unmöglich, so etwas zu tun, so etwas zu bauen. Zum Teil, manche von euch sitzen schon 20 Jahre jeden Sondag hier. Das Bauwerk ist schon lange, lange fertig. Es gibt auch solche, wisst ihr, die Elf? Die waren in ihrem Boot drin und hatten richtig Angst. Wisst ihr, mit der Schwimmweste? Und die hatten richtig Angst. Und die Elf überlegten im sinkenden Boot, wie sie ihr Nichthandeln rechtfertigen können. Sie haben nicht gehandelt und nein, das mache ich nicht, da kann man nass werden, da geht man unter. So etwas tut man nicht, da geht man jetzt nicht raus und haben da auf den Petrus geschaut. Aber was sagen wir, wenn wir gefragt werden, ob wir Glauben haben? Und ja, Herr, du weißt und Herr, ja so und Herr, weißt du warum und ich habe jetzt meine besten Schuhe an. Ich habe ja, Herr, du weißt, ich bin wasserscheu oder was auch immer. Was nützt uns der Glaube, wenn er keinen praktischen Nutzen hat? Was nützt uns der Glaube, wenn er keinen praktischen Nutzen hat? Dann gibt es auch manche, die haben eine Taucherbrille. Wisst ihr? Oder einen Schnorchel. Die müssen in den alten Dingen rumgraben. Ach, guck mal, meine Sünden von früher. Ach, guck mal, was ich alles schon gemacht habe. Und ja, und dort und so weiter. Ich sage dir, setze deinen Glauben in Bewegung. Setze deinen Glauben in Bewegung. Du sollst jetzt nicht an den Rhein fahren, die paar Kilometer von hier und schauen, dass du in die Pfalz rüberkommst ohne die Brücke. Ich garantiere dir, du gehst unter. Das ist nicht das Ziel dieser Predigt, sondern das, was im Moment gerade für dich dran ist, wo dein Glaube gefordert ist. Gehe los mit deinem Herrn. Gehe los mit deinem Herrn. Was nützt dir der Glaube, wenn er keinen praktischen Nutzen hat? Der bedingungslose Glaube handelt in der Zuversicht, dass alles mit Gott möglich ist. Alles mit Gott möglich ist. Und das ist das, was wir wirklich erleben wollen. Es ist alles mit Gott möglich, was in Gottes Willen ist. Viele Wunder geschehen zum ersten Mal. Was haben wir in diesem Bauwerk, als gebaut wurde, für Wunder erlebt, wo selbst die Fachleute sagen mussten, ich hätte das nie geglaubt. Sowas hat man noch nie gemacht und hier hat es funktioniert. Aber nicht nur am Bauen. Erwarte Wunder, die es noch nie gegeben hat. Und die geschehen auch heute noch. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Warum diskutieren wir über Probleme, Not und Einschränkungen? Wir berauben uns der Zeit, wir berauben uns der Zeit, wo wir Täter des Wortes sein können. Ihr Lieben, lasst uns die Zeit nutzen, Gott zu erleben in unserem persönlichen Leben. Ja, die Gebrüder White wollten, dass man fliegen kann. Ihr wisst alles, ich habe es euch gezeigt. Auch ein Stück Aluminium, wenn ich das jetzt hätte, wenn man das fallen lassen würde, es würde genauso zu Boden fallen wie diese Flasche. Und so ist es auch das Material eines heutigen Flugzeuges, das es damals nicht gab. Sie haben 1903 ausprobiert, wie man fliegen kann. Sie haben zigmal probiert und Flugzeug nach Flugzeug kaputt gemacht, weil der Versuch schief ging. Es war nicht, es hat nicht so funktioniert. Sie haben bei jedem Flugversuch wieder gesehen, was nicht funktioniert. Und beim siebten Flugversuch waren nur noch sieben Leute da, weil das war so viel Spott, da brauchst du nicht mehr hin. Die machen nur ihr eigenes Zeug kaputt. Die kostet so viel Geld und das funktioniert nicht. Beim siebten Versuch hat es funktioniert. Und nur sieben Leute haben zugeschaut, haben es ihnen zugetraut. Und der Flug war vielleicht so lang, wie Petrus auf dem Wasser ging, vielleicht zehn Sekunden oder was auch immer. Aber dieser Versuch, dieser siebte Versuch von denen ist die Grundlage von der heutigen Luftfahrt. Dass es Flugzeuge gibt. Weil ich habe angefangen mit der Erdanziehungskraft, Naturgesetze. Es fällt alles auf den Boden. Es fällt alles nach unten, nicht nach oben, nach unten. Es fällt alles runter. Aber wenn man die Aerodynamik ausbaut, wenn man die Geschwindigkeit hinzufügt, dann auf einmal kann man die Erdanziehungskraft überwinden, wie es heute die Flugzeuge tun. 1800 irgendwas hat man nie gedacht, dass irgendwas mal fliegt, außer die Treppe runter. Es gibt heute viele Dinge, die noch nicht sind, aber vielleicht bist du der Erste, wo bei dir das Wunder geschieht. In deinem Leben für dich, du musst jetzt nicht ein Flugzeug erfinden, wie viele Versuche hast du schon gemacht in deinem Leben? Gibst du auf, bevor du angefangen hast? Wie oft geben wir auf, bevor wir angefangen haben? Wie geben wir auf, warum geben wir auf, bevor wir angefangen haben? Wo setzt du deinen Glauben in die Tat um? Es ist nicht, dass jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Nein, wir haben einen Gott, an dem wir glauben. Wir glauben an die Zeichen, wir glauben an die Wunder. Wir glauben, dass die Bibel lebendig ist. Warum probieren wir es nicht aus? Der Petrus wurde nass, weil sein Glaube während dem ein Stück zu Bruch ging. Aber er hat es ausprobiert. Die anderen konnten nichts davon sagen. Zuschauer gibt es im Reich Gottes viel zu viel. Und ihr Lieben, lasst uns wirklich mal unseren Glauben aufpolieren und wirklich die Dinge tun, wo Jesus sagt, komm, mach es, komm in meine Arme. Physik wurde außer Kraft gesetzt. Wir müssen eigene Schritte aus dem Boot machen und erleben, wie das Wasser trägt. Wir können so vielen Wasserwanderern zuschauen. Wir können so viel Wasserwandern zuschauen. Wisst ihr, so viele im Reich Gottes, die tolle Sachen machen und der Pastor und die Gemeinde und dieser Worship. Wir können so viele Dinge tun und können ihre Geschichte hören, wie sie Gott erlebt haben. Wir können am Sonntag drei YouTube-Videos sehen von den besten Predigten. Wenn du nicht den Schritt aus dem Boot tust, wirst du Gott nicht erleben. Es reicht nicht, wenn du die zehn besten Predigten der Welt kennst oder die zehn besten Pastoren oder Pastoren dieser Welt kennst oder die zehn besten Worship-Leiter kennst oder was auch immer. Wenn du nicht den Schritt aus dem Boot tust, wird es dir nicht helfen. Amen. Wo sind deine auf dem Wasser Wanderungen? Zu Jesus hin. Ja, Herr, mit dir will ich es wagen. Nicht nur ein Leben, sondern auch wirklich Dinge, wo du genau weißt, Gott kann es, Gott will es, aber keiner hat es getan. Lass dein Scheitern nicht zu deiner Lebenskultur werden. Auch der Glaube an Scheitern geht in Erfüllung. Wisst ihr das? Drum ist eine Aussage, ich kann nicht, ist mir zu groß, ist mir zu schwer. Eine Aussage, wo du die Bestätigung fändest, weil du daran glaubst, dass du es nicht kannst, dass Gott dir nicht hilft und alles, was du aussprichst. Und dann geht dein Scheitern in Erfüllung und du sagst, wo ist Gott? Wo ist Gott? Ich habe es doch gleich gewusst. Ja, du hast ausgesprochen, du hast dein Scheitern in Existenz gesprochen. Wie viel Scheitern wird heute den Politikern zugesprochen, auch aus der Christenheit? Wie viel Scheitern wird so mancher Entscheidung zugesprochen, die verschiedene Verantwortliche tun? Du sprichst das Scheitern in Existenz und kommst dann mit den Fingern und sagst, ich habe es genau gesagt, so habe ich es vorher gesagt. Sprich, Leben in Existenz, sprich, Lösungen in Existenz und Lösungen gibt es nur mit dem lebendigen Gott. So viele wissen heutzutage, wie es nicht geht. So viele wissen heutzutage, wie Fehler funktionieren und was Fehler sind. Mag es sein, dass das Fehler sind, aber indem wir die Fehler nur benamten, ist noch keine Lösung da. Lasst uns mit dem Reich Gottes, lasst uns mit der Kraft des Glaubens dieser Welt zeigen, dass es einen Gott der Lösungen gibt. Und die Lösungen kommen nicht, wenn wir im Boot sitzen und schauen, wie die Welt untergeht. Die Lösungen kommen, wenn wir aus dem Boot steigen und wirklich im Glauben vorwärts gehen, dass die Welt sagt, das begeistert mich, das muss der lebendige Gott sein. Ich möchte dich heute einladen. Wag es, steig mit deinem Glauben aus dem Boot aus, wenn Jesus sagt, komm. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017